Ja, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Destiny 2. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich will da runter und diese Mission machen. Und dann halten mich diese Dumpfbacken hier auf. Ich will keinen Krieg mit euch. Ich will da hoch. Ah, verdammt. Das nehmen wir natürlich mit. Wie war das schon jemand? Da war ja schon verletzt. Abenteuer starten. C fließend. Ah, du bist es. Exzellent. Es gibt eine einzigartige Gelegenheit. Mein lieber Devrim, du hast gerade das Zauberwort ausgesprochen. Ah, Kate 6. Schön, dass du dabei sein kannst. Klar ist es das. Hör mal, Hüther, wir haben eine einzigartige Gelegenheit. Sag's ihr, Dev. Hm, die Rot-Legion will die Energiesysteme in ihrer Basis aufbessern. Für begrenzte Zeit laufen sie auf Notgeneratoren. Was bedeutet, dass sie verstärkt Security einsetzen? Den Teil schaffe ich. Rot-Legion-Truppen hier werden Sicherheitsschlüssel haben. Wenn du mir genug davon besorgst, sind wir drin. Okay, ich muss... Null ver... Oha. Ich muss ein paar Daten fragmenten. Du hast einen. Du hast keinen. Du hast auch keinen. Geht's noch? Ah, meine Nase juckt gerade. Verrückt. Du hast einen. Und du hast auch einen. Oh, mein... Ey, ist so kacke, wenn du mitten gerade so im Fall bist, dann fängt die Nase an zu jucken. Wie verrückt. Verstanden. Wir sollten so einen Zugangscode erstellen und reinkommen können. Du machst Codes, indem ihr Fieslinge abballert? Wieso kann mein Geist das nicht? Hm, die Legion ist etwas paranoid. Der Code wird also nicht lange funktionieren. Okay. Wie das immer so ist. Am besten macht ihr euch auf den Weg. Bin ja schon auf dem Weg. Hey, nix für mich. Aber selbst die Nebenmissionen, habe ich so das Gefühl, sind teilweise echt besser gemacht als bei Destiny 1 die Hauptmission. Und weil das eben mit dem Panzer ist, fand ich lustig. Pünktlich ist super bereit. Schaut es da um. So, wir wollen rein. Kraftfeld deaktiviert. Aber da sind mehr. Viel mehr. Kein Problem. Das wird alles zu kompliziert. Gibt es nichts, dass du, naja, in die Luft jagen kannst? Oh, das da. Tatsächlich. Wir haben Ärger. Ihre Verteidigung ist mit dem Alarmsystem verbunden. Hüte. Oh, clever. Äh, ich meine, oh nein. Falls sie verbunden sind, sollte dir das Deaktivieren der Barrieren Zeit verschaffen, bevor der Alarm losgeht. Au. Au. Oh, es gibt ja noch Zeit. Äh. Was ist denn der Nächster? Ah, okay. Die Zeit geht immer weiter. Aber das macht mir ja richtig Damage. Oh, das macht mir ja richtig Damage. Oh, das macht mir richtig Damage. Wo ist er? Hä? Da! Das war's. Und ich konnte die Notgeneratoren vor uns auslesen. Endlich. Unser echtes Ziel. Schalte sie aus und der plötzliche Energieverlust sollte die verbundenen Systeme überladen. Ah, ich wünschte, ich könnte bei der Explosion dabei sein. Ich verpasse immer das Beste. Was? Was? Oh yeah. Oh no. die tippte all das ist das viele Alter, da sind das viele. Trüben sind auch noch welche. Ey, der erwischt mich von da an. Ja gut, der hat auch einen Sniper. Oh, 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 oh. Das war's. Das ist Ruhe hier. Alter, waren das viele. Hat mir jemand mitgezählt? Nee, warte mal. Wow, Kabal-Technologie hat es nicht so mit Stromschwankungen. Ist was explodiert? War es eine Explosion? Wie war's? Oh, es war... ganz okay. Nichts Besonderes. Ich komme gleich zu euch drüber. Das werde ich nicht... das werde ich nicht schaffen. Ich hab's geschafft. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was er machen wollte, aber es sah gut aus. Hallo? Okay, super. Ist bereit. Alter! Ganz ehrlich? Ich weiß gar nicht, was herkommt. Der wusste gar nicht, wo das herkam gerade. Kraftfeld deaktivieren. Eins. Ah, okay. Nummer zwei. Und Nummer drei. Last but not least. Nimm das, Rot Legion. Jetzt haben wir die Macht. Oh, so toll war das jetzt nicht. Was denkst du, Dev? Ebe das Redenschwingen lieber nochmal. Ich denke, ihre Taten sprachen lauter als Worte. Ganz besonders lauter als deine. Ach komm. Wieso bin ich jetzt der Fiesling hier? Das werden wir wohl nie herausfinden. Ja. So. Oh. Oh. Kleine knackige Mission. Äh. Was haben wir denn da bekommen? Oh. 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 Ähm, bumm, 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 bumm. Ich glaube, ich kann bei ihm meine, meine, ähm, Stufe erhöhen. Wieder. Also meine, meine Rangstufe, meine Ansehensstufe, oder wie man das jetzt gerade heißt. Bin mir aber nicht sicher. Nein, ich habe ja einige Token bekommen. Suchst du nach etwas? Oh ja, hat sich ja richtig gelohnt. Mein Dillimmerbergbautrupp. Erlädige sie. Erlädige sie. Erlädige sie. Okay, es wird hier doch gerade alles. Alter Schwede. Das war heftig. Genau, das habe ich gesucht. Der guckt, was er geloadet hat. So. Komm, können wir mal hier hin. Da ist nämlich auch gerade ein Event. Die nehmen wir alle mal noch mit. Ich helfe dir. Junge, ich glaube, der ist AFK. Das müssen wir einsammeln. quê? Yeah. Das geht. Oh. Die Kabale bringen ein verstärktes Grabungslandeschiff rein. Das bedeutet dann wohl, wir müssen uns Ressourcen schnappen. Alter, der hat mich überfahren! Hey du, mach'n Schuh! Ich erwarte, dass eine Grabungsexpedition der Kabale bis an die Zähne bewaffnet ist. Sei vorsichtig! Ja. Ich weiß, was jemand stehe! Ja, da! 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 Ja. Ja, da! Ja, da! Ja! Ich glaube, der ist wirklich der AFK! ach man ich muss ein bisschen die zeit umkriegen ich habe um acht die termin ist um fünf die ganze nacht schon aufgenommen und videos bearbeitet lohnt sich jetzt nicht mehr ins bett zu gehen was war das denn ach so das war wieder hinter mir ach neos dabei das schiff ist unser da haben wir ihnen ein blaues auge verpasst das hat spaß gemacht wo es um die kiste die explosion habe ich bis hierhin gehört was war das keine ahnung nur wir wie wir ein grabungslandeschiff ein schiff und einen commander auseinandergenommen wie immer also ich ziehe mein hut das haben wir das haben wir da oben beginnt noch ein event das nehmen auch noch schnell mit macht gerade spaß ihr macht ganz schön spaß das spiel alle einheiten im einsatz da sind eindringlinge der rot legion auf dem weg ein Oh, Ballonküsse. Dann machen wir uns mal auf. Die wollen wohl mein Territorium ausspionieren, hm? Ich hab das Gefühl, ich sterbe hier drin. Alter, der randaliert mal dezent ein bisschen. Oh, 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 oh. Die Lüftungen sind kaputt. Die gehen nirgendwo hin. Die Lüftungen sind kaputt. ha ha so mein Lieben wir machen aber jetzt auf jeden Fall Feierabend wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge von Destiny der Schaft die Explosionsgeräusche sagen mir, dass ihr erfolgreich wart ich freue mich schon die ganze Story zu hören und ich erst ja also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe wir sehen uns morgen wieder bis dann, tschau dann